Hallo liebe Markkauf-Kunden und Kundinnen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren Markkauf-Nachrichten. Ostern steht vor der Tür und wir haben wieder für Sie genau die passenden Angebote rausgesucht. Ich möchte Sie nochmal auf unsere Osteraktion aufmerksam machen. Am 16. April, das ist der Ostersamstag, ist der Osterhase bei uns zur Gasse. Und um Ihren Kindern oder Enkelkindern eine kleine Aufmerksamkeit zu machen, können Sie bei uns ein Körbchen erwerben. Das passiert an der Info. Das Körbchen kostet 1,99 Euro. Das wird von uns gefüllt, gratis. Und am Ostersamstag wird das Körbchen dann gefüllt vom Osterhasen hier vor Ort live übergeben. Das Wetter wird endlich schöner. Damit wird natürlich auch die Gartensaison eingeläutet. Aus diesem Grund möchte ich Sie auf unser Gartensortiment aufmerksam machen, welches Sie bei uns im Mittlegang finden. Von der Sämerei bis hin zum Dünger haben wir alles für Sie vor Ort. Und was möchte man natürlich nach getaner Gartenarbeit machen? Sich abkühlen. Womit kühlt man sich ab? Mit dem passenden Pool. Den finden Sie bei uns hier auch im Mittelgang. Wir haben verschiedene Arten da. Wir haben auch viel Zubehör da. Schauen Sie einfach vorbei. Hier noch ein kleiner Hinweis zur Edeka-App. Mit der Edeka-App können Sie jede Woche aufs Neue viel Geld sparen in verschiedenen Bereichen. Sie können Punkte sammeln. Wenn Sie genauere Informationen oder mehr Informationen haben möchten, melden Sie sich bitte an unserem Kundenservice. Hierfür haben wir noch ein kurzes Filmchen für Sie vorbereitet. Tschüss. Auf einen schönen Abend. Prost. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich glücklich. Das sieht wieder mega aus, René. Was du hier für ein Menü gezaubert hast. Ich weiß gar nicht, wie du das immer schaffst. Das muss doch ein Vermögen gekostet haben. Das sieht so köstlich aus. Da müssen wir uns aber an den Kosten beteiligen. Ach Quatsch, meine Liebe. Es ist mega easy. Ich habe die kostenlose Edeka-App und da spare ich wirklich bares Geld bei jedem Einkauf. Und das Schöne ist, ich werde immer noch mit den neuesten Rabatten versorgt. Das Allerschönste. Nach dem ersten Einkauf gab es noch einen 5-Euro-Gutschein. Das ist ein absolutes Träumchen, oder? 5 Euro? Das waren sie schon wieder. Ihre Marktkauf-Nachrichten. Ich wünsche Ihnen einen fleißigen Osterhasen, ein schönes Osterfest. Bleiben Sie gesund und ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis dahin, Ihr Marco Hesse. Bis dahin, Ihr Marco Hesse.